Hallo! 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 Ich hab die nämlich schon gesehen! Hallo! Alina hat nicht einmal geschlafen. Sie ist fix und fertig. Sie haben auch gut? Gar nichts. 30 Stunden oder so. Okay. Ich bin seit zwei Tagen. Sie ist fix und fertig. Ganz ehrlich, ich muss euch sagen, den größten Respekt vor ihr.